So. Gut. Oh nein. So, dann gehen wir jetzt. Dann geh ich mal ein bisschen Baumstämme sammeln, um mal irgendwann so ein bisschen mein Hausboot fertig zu kriegen. Da häng ich jetzt auch schon ein bisschen dran. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, was Feindpräsenz betrifft. Ja, das schmacht sehr gut. Ja, da war nicht zu laut beschrei. Das kann sich innerhalb von Minuten wieder ändern. Ja. Nimm ruhig den Schlitten mit, ne? Äh, äh, zum Baumstämme sammeln. Weil, äh, dann brauchen wir die jedes Mal hin und her zu rennen. Es fehlen noch fünf, äh, noch... Was baut denn hier noch, damit wir, äh, damit wir wieder... Wir waren auch leider bei über 25. Er baut das nächste Stück weg da oben, ne? Da ist noch... Nee, dann im Wasser ist noch ein Turm. Ich hab, ich hab, ich hab grad mal den, den, das Dach oben drauf gesetzt, dass wir das dann auch anfangen können. Ach, das auch. Ach, 115. Ey, ich sehe grad 150. Wir waren auch hier bei 30 oder so nur. Ja, ne, ich hab nur gedacht, wenn sie wirklich da oben noch irgendwie die Plattform da drauf... Äh, wir haben hier... Markus, pass auf, du hast Besuch. Zwei. Ey. Komm her, ich mach was zur Schnitzel. Ich weiß auch, was immer mein Fehler eben war, warum ich so früh gestorben bin. Du hast gedrückt. Ja, ich bin fix gekommen. Naja. Das war aber, dass wir im einfachen nix drücken beenden können, das ist krass. Ich hätte ja nicht gedacht, weil normalerweise muss er bestätigen. Oder bis wir länger drücken oder so. Weil ich bin wirklich davon nur einfach krass, was ja so nix gekommen. Stirb, Armi, stirb. Da oben auch noch irgendein Wagen stehen. Ja. Ach, das schreckt mich doch nicht so. Ich hör... Da rollt ein Kopf an. Hallo Küppchen. Der kam einfach so angekullert. Das sah lustig aus. Das sah lustig aus. Na gut. Dann mal. Ist das hier ein Baum, den ich fällen kann? Ja. Ja. Hier oben stehen die ganzen Wagen gesucht. Ja. Wie gesagt, nimmt sie ruhig mit. Ja, die stehen alle hier oben im Wald. Ja, unten steht noch einer. Hintereingang. Was sagst du jetzt schon wieder? Ich baue hier grad wieder ein Totem zusammen. Ach so, weil ich grad... Ich dachte jetzt, wer ich Hintereingang gesagt habe. Nein, nein, nein. Oh, die sind doch grad unten zusammen. Ach so. Ach Gott. Ich will's grade gar nicht wissen. Das fand ich wieder ein richtig tolles Kunstwerk. Ja. Ach so, das war nur ein Worscherstamm. Und kannst du dich jetzt da hinlegen irgendwie? Das ist nicht möglich. Ja. Aua. Das war doch vor. Ich krieg immer Dinge auf den Kopf. So, ich leg jetzt mal den Controller weg. Hilfe, dann kam ich immer in der Rettmitte. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich hab da irgendwie so ein Bäumchen abgekriegt, der auf einmal fiel. Ja, ich bin hier in der Nähe. Ich dachte, der trifft dich noch gar nicht. Ja, nee, irgendwie hat es dann doch getroffen. Hat da jemand mit Dynamit rumgespielt? Nein, mit der Axt. Naja, auf jeden Fall ist er schon mal zielsicher, ne? Getroffen hat er. Achtung, Baum. Nicht, dass wieder jemand da steht? Nee, diesmal bin ich in Sicherheit. So, gleich noch einen fallen. So, drei Stück brauchen wir noch, dann ist das Hausboot auffällig. Na dann, Null ja, wo ich gerade bin, hier habe ich einen Baum schon gefällt, da kannst du welche abholen. Da fällt jetzt noch einer. Wir haben hier den kompletten Wagen. Ich nehme jetzt gerade nochmal zwei, drei vom Wagen hin. Ja, hier liegt erstmal genug rum. Wurde aber schon wieder dunkel, ja. Ja, ich merke das schon. So, einer noch, dann haben wir den Hausboot. Das ist gut, dass mit dem Hausboot kann man auch dann mal so oft das Wasser darauf, dass man vielleicht nochmal einen Fisch wegfangen kann. Weiß ich nicht, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so Deko ist. Ich habe es einfach nur mal ausprobiert. Ich glaube, von dem Hausboot kommst du an die Fische gar nicht dran. Aber je nachdem, wo du am Wasser stehst, je nachdem, an welcher Stelle, kriegt man die da relativ gut raus. Ja, du kannst bei dem Ding tatsächlich fahren. Das ist cool. Warte mal. Das ist jetzt... Ah, hier, bin ich, okay. Ich habe jetzt auch in meinem anderen Spiel, wo ich alleine am Rundwerkel bin, auch jetzt ein richtiges, also wirklich so ein Bootshaus gebaut und da jetzt ein Hausboot vorgesetzt und das von diesem Großen, was man mit zwei Leuten steuern muss. Also sozusagen eine schwimmende Festung hast du dir gebaut? Nein, aber das ist dann sozusagen so der Fluchtpunkt. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann man auch den Blasen füchtern. Leider können wir noch nicht schlafen, weil es ist noch drei Viertel voll erst. So, dann geht es jetzt weiter. Ja, wir brauchen dringend mehr Licht. Nam, nam, nam. Warte mal vor, dass es gerade ein bisschen Ruhe ist. Ist so, ja. Weil... Rots Fleisch, Rots Fleisch, Rots Fleisch. Ich brauche kein Rots Fleisch. Ich will... Ah, super. Dann stelle ich mal noch ein paar von den Lämpchen hier auf, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Licht. Sei blöd, dass dieses Standfeuer, das bleibt doch nicht ewiglich, wenn man das anmacht, oder? Ja gut, das ist ja ein bisschen realistisch. Das brennt manche Feuerbrennen auch nicht realistisch. Danke, solange du halt nur Zündstoff dazu tust. Aber ich glaube, diese Schädellampen, die bleiben, glaube ich, immer an. Mhm. Ich stelle die hin. Stell da mal ein paar von auf. Ich habe für ihr nächstes Gelegen ein Gericht... Alter, du pustest heute ins Mikrofon. Ja, das kann nicht sein, wie gesagt. Ist tatsächlich nicht die Absicht, weil ich habe ein bisschen die Nase zu und... Ich kann es leider nicht nähen. Ich kann es leider nicht. Ja, das ist ein geknebelter Kopf. Nee, keine Ahnung. Ich kann es leider auch nicht nehmen. Vielleicht kann ich es ja als Trophäe aufhängen. Wir können aber noch nicht. Ich habe dann schon nach der Angst vor, Helfen. Oh Gott. Ich sehe schon wieder was kommen. Ich höre schon wieder irgendwas. Ich höre auch schon wieder Schütte. Also irgendwas ist, glaube ich, Hado auch unterwegs. Dezent. Oh Gott. Warum werde ich hier ständig verprügelt? Ich biete es immer noch gerne an. So, sie steht immer noch mit dem Kopfdach und wartet, dass irgendwer dir die Kopfdach abnimmt. Ich schmeiße sonst dieses Ding. Mach. Das wird nicht gut ausenden, sage ich hier. Ich weiß nicht, was du gerade vorhast damit. Ich kann mich hier oben nicht handeln. Ich sehe einen Multi-Fister. Oh. Zwei, drei Multi-Fister. Oh, 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 oh. Ein Riesenvieh. Ja, wir haben ein bisschen... Zwei Renner. Also hier sind mindestens sechs Viecher gerade draußen. Ja, dann sollten wir das gerade mal die Tür wirklich zulassen, damit hier nicht alles reinrennen. Weil wir die jetzt wirklich gleich anfangen, in die Bude einzurennen. Dann haben wir nicht. Aber ist ein Problem. Mit vier Leuten nur. Ich trottel. Man sollte den Molotow auch vorher anmachen. Warte mal. Also du rettst immer noch mit dem Kopfdach rum. Das ist kein Kopf mehr. Was ist das? Was gebateltes. Was Explosives. Ja. Sie hat eine Kopfdachlose gebaut. Ich habe das hier jetzt in der Hand. Ich muss mal was essen hier. Warte mal, das könnte doch eine Idee sein. Wenn ich weit genug werfe, kann das vielleicht auch hinten noch... Die sind alle gerade hier hinten, wo ich bin. Ja, 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 ja. Ich komme. Ich habe das hier in der Hand. Mach mal die Pfeil wieder auf. Oh, hier ist einer drin. Komm, das hat man. Oh, das hat sich nicht geworfen. Vorsicht, das könnte es oben machen. Hat schon Bum gemacht. Ich war das, ja. Du hast es verschwenden. Ja, ich wollte euch drüberwerfen. Ei, 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 ei. Wie ist denn der da reingekommen? Ja, der hat mich erwischt auch. Der ist nicht auf mich drauf. Ja, über die Wagen, über den Zaun. Und die zweite sind reingekommen, irgendwie. Einer ist schon im Wasser und... Ja, und ich liege hier so ein bisschen rum. Ach, da ist ein großer reingekommen. Ja, ein so dicker. Ich wollte jetzt direkt so abhauen weg. Ja, danke. Warte mal. Warte mal, ich will... Ich will ein bisschen am Arsch schnüffeln. Eine Bar, Alter. Ach doch, ich zöne den jetzt. Ach, warte. Alter, der Große ist schon tot bei mir. Ach, der ist auch nicht mehr wach. Nee, der ist auch nicht mehr wach. Nee, der lebt noch. Sieht ein bisschen verkugelt aus. Ich habe beide gekillt bei mir auf der Ecke. Warte. Also, wer will Gönnung? Ah, zwei Tote. Der Tote, äh, der Dicke ist tot. Nee, ich lebe noch. Ich auch. Davor höre ich auch, zwei Tote. Ach, sehr gut. Ich bleibe mich noch mal gerade ein bisschen auf hier am Feuer. Und ich habe Spiele Hunger. Ich nehme mir mal ein Bein. Ja. Ich knabber dir so mal so ein Beinchen, ja. Ich betreibe ein bisschen Kapitalismus. Echt, ich meine, Kandibalismus. Ja, genau. Ja, gut. Das ist fast dasselbe. Auch Kapitalisten geht über Leiche. Also, öfters mal. Also, ist das ja eigentlich für ein Steingebilde hier? Ist das dieses SOS? Ja, das ist so wie missratend, so ein bisschen. Missraten ist SOS. Er hat es versucht. Der gute Bille war da. Ja. Er war stets bemüht. Also, kann man jetzt vielleicht mittlerweile schlafen? Also, wir könnten schlafen. Gut. Warum hätte ich wieder irgendwie... Was ist hier? Hast du mich gerade angezündet oder was? Nee, mit der Zwille habe ich geschossen. Das hat mir Schaden gemacht. Bann hier hoch. Bann hier hoch. Bann hier hoch. Bann hier hoch. Komm, lass jetzt pennen hier. Komm zu mir ins Bett. Nein. Komm jetzt, ja. Jetzt wird miteinander geschlafen, komm. Ja, geil. So. Oh, okay. Alter, diese Spielkinder. Irgendwas stimmt gerade nicht. Was? Gerade eben rannte bei mir die Zeit. Distant Beats ist gegen die Tür gelatscht. Einfach nur. Da hat es irgendwie gerade ein bisschen gehakelt. Keine Ahnung. Kann sein, ich habe gerade mal das Spiel gerettet. So, ich brauche Happi. Ja, ja. Die Sounds sind immer dabei. Genial. Ja. Ja. Ha, ha. Eigentlich wollte ich den Pfeil anzünden. Aber warum ich mich gerade wieder anzünde, weiß ich nicht. Das ist Karma. Ja. Sagst du. Sagst du. Ja. Ja. Ich gehe. Ja. Vielen Dank.